Was geht ab, Freunde, heute ist Samstag, Prejudging Classic Physik. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Halle. Wir haben ungefähr 15 Minuten Anfahrt. Und was macht man 15 Minuten vor dem Workout? Oder bevor man sich konzentrieren muss, natürlich ein Stimbooster. Bisschen Pump, damit ich auch stabil aussehe, wenn ich kommentiere. Und das Ding ist ab heute wieder verfügbar. Also zuschlagen, Grizzly Punch ESN, Crank Olympia, Grizzly Punch Edition. Ab sofort wieder erhält. Nicht letztes Mal wieder nach 7 Minuten Ausverkauf, Kravatgut William. Allerdings hier immer in der Videobeschreibung. Und für mich geht es jetzt ab in die Halle. So, Freunde, es geht los. Prejudging Classic Physik, First Callouts. Ich bin hier wieder auf Undercover-Basis unterwegs. Ich hoffe, diesmal ist die Qualität vom Sound etwas besser. Wir haben ein bisschen was an dem Mikrofon hier verstärkt. Gerade waren die Einzelpräsentationen. Und jetzt kommen nochmal alle Athleten auf die Bühne. Es sind knapp 40 Teilnehmer, Freunde. Unglaublich. Und jeder der 40 ist in einer brutalen Verfassung. Ich weiß nicht, wie ich das judgen könnte. Weil, Junge, ihr werdet gleich sehen. Ich habe leider etwas schlechte Sichtplätze. Ich stehe seitlich zur Bühne. Und somit kann ich die Leinwand, wenn ich die Leinwand angucke, sehen irgendwie alle Beine schmal aus. Obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Es ist halt die Optik von der Leinwand. So, aber das ist nicht das Thema. Es geht jetzt um den First Callout. Die Stimmung, unglaublich. Bob Cigarillo macht auch eine geile Show. Das ist der beste Moderator. Also, wir haben Urs Kalicinski, wir haben Daboul, wir haben Brion Ansley im First Callout, Ramon, Perens Ruffin und C-Bomb. Es wird direkt geswitcht. Brian Ansley raus, nach außen. Und direkter Vergleich. Links haben wir Urs. In der Mitte C-Bomb. Und direkt daneben Ramon. Also, die Top 3. So, wie wir alle gedacht haben. Es wird ein harter Fight. Digga, das ist so ein knappes Ding. Das, was ich auf der Leinwand sehe. So, erste Pose. Seitliche Brust, Side Chest. Mit Daboul hat niemand gerechnet. Das ist krass. Ich hätte tatsächlich Brion rausgenommen für Mike. Aber es hat noch nichts zu bedeuten. Hatten wir gestern auch. Condition bei Ramon. Sieht so plastisch aus. So, die müssen einmal kurz Platz schaffen, weil es ist zu eng. Die können keine Doppelbizeps von hinten machen, weil es ist einfach zu eng. So, nochmal. Alle sechs Athleten durchgestreiften Gluteos. C-Bombs Rücken, unglaublich was für eine Masse. Ramon plastisch. Urs hat auch ganz klar sich verbessert von der Hinteransicht. Bauchbeine. Das ist, finde ich, die beste Pose von Urs hier aktuell. Da punktet Urs gerade extremst. Aber C-Bom zieht eine ekelhafte Vakuum. So, favorite classic pose. Urs dominiert gerade ganz klar. Aber die anderen. Oh, jetzt mit den Twisted Backdouble Biceps. Hat C-Bom nochmal alles rasiert. Das Publikum ist am Eskalieren. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Zweiter Callout. Ich bin gespannt. Wir müssten Mike Wesley sehen. Opfer, zweiter Callout. – Christoph, zweiter Callout. – Yeah. – So, jetzt ist schon mal Camponero. – 28, 31, 33. – Mike Sommerfeld, zweiter Callout. – Wesley, ja! – Wesley will das ebenfalls ein second Callout. Sehr geil. Ich bin gespannt, ob die Mike mit Wesley in die Mitte switchen, jetzt wird nochmal geswitcht, der kleine Asiat, der Hung, heißt er glaube ich mit Nachnamen, unglaubliche Quads und er kommt doch jetzt direkt in die Mitte, Wesley, Wesley switcht auch in die Mitte neben Camponero und Mike direkt daneben, so, Center Stage haben wir Hung, wir haben Wesley und wir haben Mike, ja, geht mal schön auf die Linie, da war toll, dass wir ihn kommen, sag mal Ruhe hier, der Asiate Hung, unglaubliche Quads, wie fett sind die bitte? Ja, ganz klar, Wesley Wizards hat das beste Posing mit Rough Diesel gerade finde ich, ganz ganz klar, Mike Sommerfeld kommt heute in einer brutalen Verfassung, eine sehr sehr gute Condition, nicht nur von vorne, sondern diesmal auch wirklich von hinten, Separations sind da, Streifen im Arsch, Rücken extremst verbessert, finde ich, er ist fleischiger geworden, bei Wesley das Problem, der Schwung vorne in den Quads, ganz klar, aber Rest ist einfach Classic, er ist Fakt, Freunde. Ja, ich check immer nur, ob alles läuft, weil ich habe Paranoia, dass er irgendwie hier abbricht, zu filmen, also ich wundere wegen den Schwenkern vor, dass hier alles raw, real, direkt, ganz auf die Schnelle, da ist auch diese klassische Pose von Wesley ist einfach unglaublich. Johnny fiebert hier mitten übrigens. Jens? Wesley? Switch? Mit wem? Halt mal, könnt ihr kein Englisch? Der Brasilianer. What's the name of the Brazilian guy? Gabriel Zancanelli. Gabriel Zancanelli. Ich habe nicht alle Namen auf dem Schirm, Freunde, aber Gabriel ist auch in einer brutalen Verfassung. Ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm, es sind fast 40 Athleten, Freunde, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber wir haben jetzt Wesley Wizzers in der Mitte. Da hat sich der Brasilianer zu früh gefreut, die Fans ebenfalls, er hat sehr, sehr viele Fans am Start. Da wurde die falsche Nummer aufgerufen. Wesley ist in der Mitte und kämpft gerade zusammen mit Mike Sommerfeld um einen Finalplatz. Obwohl ich Mike-Fan bin, sehe ich tatsächlich Wesley gerade weiter vorne. Das Gesamtpaket haut einfach besser hin. Auch durch seine Körpergröße wirkt er auch einfach halt hier gerade am heftigsten. Auch Brücken sieht stärker bei ihm aus, 100 Prozent. Wer mir hier ganz, ganz fehlt, liebe Grüße an der Stelle, Fagan Meier. Ganz klar, sehr schade. Aber Papa-Urlaub, Papa-Urlaub muss auch immer sein. Beine-Condition bei Wesley, geisteskrank gut. Oh yeah, Vincent and Eric, wow. Jawohl. Johnny fiebert hier richtig mit. Johnny ist ein unglaublicher Wesley-Fan. Das ist so krass, weil diese ganzen Top-Athleten, müsst ihr euch vorstellen, die sind wirklich alle perfekt gepiekt. Keiner hat irgendwie die Form verhauen oder verkackt. Niemand von denen. Wesley bleibt in der Mitte? Ja. Können wir sagen, warum ich ein Wesley-Fan bin? Klar. Ich bin ein Wesley-Fan, weil er einfach mega sympathisch ist. Er ist ein Typ, der komplett calm down ist. Er ist humble. Und er ist einfach ehrlich und lieb, ohne Spaß. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ich habe ihn in fast eine Stunde gequatscht. Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt. Da muss ich erstmal mein Englisch bisschen auffrischen, bis wir uns unterhalten können. Ja, aber... Richtiger Hooligan. Aber es geht hier tatsächlich natürlich nicht um die Sympathie, sondern um die Optik. Das ist Bodybuilding, Freunde. So, wir haben jetzt nochmal den finalen letzten Callout. 1, 6, 13, 27, 28, 34. So, wir haben Wesley, wir haben Brian, wir haben Terence, wir haben Urs. Wir haben Mike Sommerfeld doch. Der Bull haben wir auch noch. Und Sibam natürlich nicht, weil er ist safe. Also, direkt wo ist Center Stage neben Terence. Und wir haben auch Ramon nicht hier. Sorry. Ich dachte schon, die Dame beschwert euch so laut. Es ist so laut hier. Hier beschwert sich niemand. Michael Daboul, Michael Daboul, sehr krass. Mike Sommerfeld, bei einer sehr guten Verfassung heute. Urs dominiert hier ganz klar mit Terence. Was mich gerade wundert, Dino und Sibam sind nicht im Vergleich. Das heißt, Urs macht eventuell wieder den dritten. Und es wird wieder ein Battle geben zwischen Ramon und Sibam heute Nacht. Rücken von Wesley Wizzers und von Brian ist hier. Brian hat einfach den massivsten Rücken gerade. Aber sie lassen Urs weiterhin in der Mitte. Ob es hier wirklich darum geht, was ich gerade gesagt habe, weiß ich nicht. Aber würde für mich logisch, ganz logisch sein. Wir vergleichen hier nochmal die ganzen Athleten. Aber Ramon und Sibam sind nicht auf der Bühne. Das heißt, ich glaube, es wird dann, so wie gerade schon gesagt, ein Battle zwischen den beiden geben. Terence Ruffin ist dieses Jahr so gut in Konflikt. Letztes Jahr hat er versagt, dass er eventuell Urs sogar den dritten Platz stehlen könnte, Freunde. Das Lächeln bei Urs ist auch langsam weg. Egal welche Pose er macht, er lächelt nicht mehr. Wahrscheinlich ist er abgefuckt mittlerweile. Selbst bei seiner klassischen Pose guckt er ernst. Oh, Terence und Brian wird nochmal geswitcht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nachdem ich gesagt habe, Brians Karriere im Classic ist vorbei, mischen wir hier nochmal ganz weit vorne mit, Freunde. Alle on the line, auch groß. So, Front Biceps. Mikes Arme in den Doppelbizeps sind sehr, sehr schön. Vom Oberkörper safe. Johnny sagt, Wesleys Pose ist auf jeden Fall Front. Beweise, dazu sägt er alle. Aber unten halt nicht, da fehlt ein bisschen der Schwung in den Quads. Gluteus hier bei allen Athleten komplett durchgestreift. Das ist der Wahnsinn, Digga. Mike hat eine gute Rückentiefe bekommen, gute Rückendichte. Aber er bleibt weiterhin außen. So wie es aussieht, wird sich Mike dies Jahr schlechter platzieren als letztes Jahr. Die Konferenz ist einfach zu stark, Freunde. Ich glaube sogar, dass Wesley vor Mike landen wird dieses Jahr. So, Urs hat sein Lächeln wieder zurück. Vielleicht war der so konzentriert, dass er es irgendwo vergessen hat. Dass man auch lächeln muss. Was er aber auch normal ist, Freunde. Die Switch hier komplett durch. Lasten Jungs richtig hart und lange posen. Irgendwann ist man auch am Arsch. Es kommt der finale Vergleich. Sehr wahrscheinlich der Top-2-Athleten. Sibam gegen Dino. Es ist kein klare Ding für Sibam, Freunde. Dino sieht heute unglaublich aus. Er ist plastisch, er ist rund, er ist komplett in Condition. Sibam aber ebenfalls. Das ist, glaube ich, der beste Sibam, den wir gesehen haben. Er hat sich wieder zu letztem Jahr verbessert, ganz klar. Da wird noch mal ein bisschen gestichelt zwischen Sibam und Ramon. Brutal. Ramon braucht sich gar nicht zu verstehen, überhaupt nicht. Sehr massiver Rücken. Da wird noch mal ein bisschen gestichelt. Da wird noch mal ein bisschen gestichelt. Aber auch sympathisch. Auch sympathisch gestichelt. Geile Show. Es war eine geile Show. Ramon zieht hier ein unglaubliches Vakuum. Sibam ebenfalls. Unfassbar. Classic Post nochmal. Da finde ich, hätte Ramon eine andere machen können. Andere machen können. Und was ich definitiv sagen muss. Ramon hat seine Präsentation verbessert. Ganz, ganz klar. Warum jetzt geswitcht, weiß ich nicht. Wir sind ja beide sowieso nebeneinander. Ramons Unterarm ist unglaublich. Chris seine Brust in der Side Chess auch sehr voluminös. Das wird so ein knappes Battle. Teilweise gefällt mir der Rücken von Ramon besser. Was sagst du? Rücken von Ramon. Improved, ne? Die Stimmung auch gerade unglaublich. Alle sind am feiern. Alle sind am fiebern. Hublikum kein Stock im Arsch. Alle brüllen rum. Da könnte Ramon die Pose ein bisschen länger halten. Und Sibam mit seiner Signature Post ganz klar. Das war jetzt aber. Das war jetzt aber. Die gotоров. Alle sind am fieber.